Satteli, ja, ja! Bisschen lieben, gell! Dann kommt dein Mann hier oben wieder holen! Ja, 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 ja! Ciao, Satteli! Ciao, Satteli! Ciao, Satteli! Ciao! Nein, mir fällt schon ein bisschen knackig ein, so ein bisschen. Oh! Ja, ja, jetzt! Achtung, Achtung, jetzt! Auf! Hey, da hinten hat's Kleider und anderes Zeug, das ist die reinste Schatzkammer! Ich hoffe, Sie haben mich nicht vergessen, Herr Wagner! Wagner? Sie sind doch der Herr Wagner, der Chef der Werbeagentur! Ja, 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 natürlich bin ich der Herr Wagner! Wie soll ich ja sonst sein? Hey, der Wagner ist verwacht! Kann er sich etwas erinnern? Nein, bis jetzt nicht, Gott sei Dank! Das ist eine Frage der Zeit! Moment, da ist er noch ein bisschen balabala! Hey, der glaubt wirklich, er sei ein Flugbegleiter aus einer alten Swiss-Erwerbung! Aber Swiss-Erwerbung gibt's doch schon lange nicht mehr! Dann weisst du, wie egal! Er hat von mir gesagt, ich soll angeschnappt sein, bis wir die Flughöhe erreicht hätten! Ja, 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 ja! Frau Flauenwelli, das wäre jetzt eben der Herr Wagner! Wegen ihm sind Sie ja schliesslich hierher gekommen! Dann sind Sie mein neuen Manager! Wuuu! Das ist eine griechische Göttin, die guckt wie Sie! Ja! Oh! Husset parfait, Mademoiselle! Wollen Sie sein? Meine Modelle? Modelle? Ja! Ich griech! Sehr geehrte Damen! Nein! Herzlich willkommen auf dem Swiss-Erflug 228 nach Rappaspigliona International Airport! Ja! Frau Flauenwelli, es tut mir wirklich leid! Aber der Fotograf war leider erst morgen gekommen! Bitte seh Sie so gut und kommen Sie dann wieder! Okay! Aber unter einer bringe ich! Ja, und das wäre? Wir machen zusammen ein Cevici! Das gibt eine Leckbombe! Ui! Was haben wir denn da für einen blinden Passagier? Ja, was bist denn du für einen? Ja, was bist denn du für einen? Ja, was bist denn du für einen? Ha! Ne, macht der Vogel mal etwas Nützliches! Ich glaube, der hätte noch Hunger gegeben! Geht mal in die Brotküche schauen! Ja, genau! Macht er das! Karli! Können wir nicht einfach ohne Geld abhauen? Bitte! 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 Sag mal, hast du einen Vogel? Wir können jetzt die Bauder auf den Kopf stellen! Und wenn das das Letzte ist, was wir machen? Wir freuen uns ja für den Besuch in der Fischerbettwaren-Verbring-Zauwäntschwil am Schöne See! Sie lassen den Papagei nur! Die sind schliesslich alle Orangen! Warte, Papagei! Ich hole Hilfe! Hm! Am Montag haben wir dann zu! Wer ist das? Meine Schwester? Hey, fünf Minuten neue Brüder und eine neue Schwester! Möchten Sie gerne etwas trinken? Vielleicht ein Weihwasser? Ein bisschen stinken muss es! Nein! Oh! 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 Youare ein tiefes! Oh! 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 Es war encore! Hören Sie auf mit Ihren blöden Spessen! Ich weiss alles über Ihre Banküberfälle! Über alle acht! Nien! Was? Nien! Nien von dem, was ich hier sage, ist wahr! Nien! Sie meinen aber nicht etwa mit denen, die Sie damals den Frito-Lin gefüttert haben? Kompetti, uhrgeil! Kompetti, uhrgeil!